Hallo, ich bin der Hannes Schützinger. Ich bin Trainer bei Lungsglapp-Issendorf im Seniorenbereich. Ich habe alle Altersstufen durchgemacht in den letzten zehn Jahren wegen Trainerlaufen. Ich wollte stets wieder ein gutes Training machen, habe mich ständig weitergebildet, weiterentwickelt und habe Lizenzen absolviert. Ich wollte nach der Suche noch ein bisschen mehr. Meine langfristige Planung habe ich jedes Jahr gemacht, aber es hat irgendwie der rote Faden gefehlt. Ich bin bei der Suche im Internet wegen Fortbildungen, Weiterbildungen auf die Fußballagentur gestoßen und habe die Ausbildung absolvieren dürfen. Ich bin in der Ausbildung zwar stets gefordert worden, aber mit den Aufgaben, mit den Hausübungen, mit den verschiedenen Projekten, wo man die einsendet und wieder die Rückmeldung bekommt, stetig als Trainer gewachsen. Ich habe mich da schon in den wenigen Wochen um einiges weiterentwickeln können und dürfen. Die Betreuung war spitze, also die Feedbacks oder die Inputs, die man bekommt vom Team, sind sehr hilfreich und helfen auch in der täglichen Trainingsarbeit. Ich habe jetzt gemerkt, der große Unterschied zum Training vorher ist einfach, vorher habe ich jetzt gleich viel Zeit in die Vorbereitung investiert, aber der langfristige Weg oder das langfristige Konzept war nicht so vorhanden wie jetzt. Ich habe meine Spielphilosophie niedergeschrieben, habe mit den Spielern diese Punkte besprochen. Was mir wichtig ist, sind die Spieler wissen genau, was ich mir erwarte und das machst du viel einfacher. Auch die Kommunikation mit den verschiedenen Typen von Spielern, auf die es gut eingegangen waren, und erleichtert mir die Trainingsarbeit. Ich möchte mich recht herzlich bedanken für die tolle Ausbildung, für die tollen Inputs und kann die Ausbildung nur jedem engagierten Trainer empfehlen, dass sie es macht.